Hallo meine Süßchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben es jetzt Mittwoch und zwar schon halb zwei. Ich war schon ein bisschen was einkaufen und habe euch auch gerade gezeigt, dass ich meine Rosen wieder so ein bisschen aufpäppel. Die hängen jetzt ganz schön, deswegen meine Mutter hat mir den Tipp gegeben, einmal die Rosen abschneiden, dann einen Schuss Essig und eine Prise Zucker da mit rein und dann sollen die wieder stehen wie vorher, weil die hängen jetzt schon, wie ihr hier vielleicht seht, den Kopf. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ja, das wollte ich euch einfach nur zeigen. Und ich habe neue Nikes. Denn meine Schwester arbeitet ja bei Nike und ich habe ja vorher auch bei Nike gearbeitet. Und dann ist sie mir, so gesagt, gefolgt. Und ich bin dann von Nike weg zu L'Occitane und sie ist dort geblieben. Und deswegen, die bekommt so ein bisschen Rabatt und da durfte ich mir jetzt ein paar Schuhe aussuchen, für den Geburtstag, so gesagt. Genau, die würde ich euch gerne mal zeigen. Sie sind auf jeden Fall mega, mega bequem. Das ist heute übrigens mein Outfit. Das ist eigentlich so eine, die hier noch so Ärmel hat. Die habe ich vom Primark, glaube ich, in weiß und in blau. Und hier mein Cardigan von Zara, Jeanshose und die Nikes. Mein Geburtstagsgeschenk ist gekommen. Ich habe mir sechsmal anthrazitfarbene Kopfkissenüberzüge bestellt. Und einmal diese Bettwäsche hier. Hier vorne sieht das jetzt besser. So sieht dann schlussendlich aus. Weil ich einfach fand, dass das bei uns immer so chaotisch aussah, da wir vier Kissen im Bett haben und vier verschiedene Überzüge oder drei verschiedene Überzüge drüber hatten. Und jetzt haben wir dann dieselben. Und dann sieht das Ganze bestimmt viel, viel besser aus. Das ist dann übrigens die Bettwäsche auf dem Bett. Finde ich echt schön. Der Kleine hat übrigens seine zweite Impfung bekommen und ist seit dem Tag extrem, extrem nörgelig. Deswegen kann ich auch nicht so viel filmen, weil ich ihn eigentlich so gut wie null ablegen kann. Weil er, ja, wie gesagt, nur am Meckern ist. Also es ist wirklich kein richtiges Geheule, aber es ist halt die ganze Zeit nörgeln. Und ja, ich kann ja auch nicht die ganze Zeit nörgeln lassen. Also das geht auch nicht. Also ihr hört ihn ja gerade wieder. Ja, und das mit den Rosen hat übrigens nicht wirklich geklappt. Ihr seht's ja. Naja, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so den grünen Daumen. Ihr könnt ja gerne oben mal abstimmen. Habt den grünen Daumen ja oder nein? Ja klar, die waren jetzt ja auch schon relativ alt. Also es hat jetzt auch nichts mit dem grünen Daumen zu tun. Die halten halt einfach auch nicht ewig so Rosen. Aber ich dachte, der Trick würde jetzt doch vielleicht noch helfen. Aber ich glaube, ich habe dann doch ein bisschen zu lange damit gewartet. Jetzt sind sie auf jeden Fall fertig. Jetzt kann ich sie wegschmeißen. Aber es war sehr schön, mal so Rosen oder so zum Geburtstag zu bekommen. Also nochmal Dankeschön. Die Schnullerkette ist übrigens auch gekommen, wie ihr hier seht. Ich muss natürlich den Namen jetzt von unserem Sohn hier zensieren. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem gut erkennen. Total süß. Also ich finde es richtig süß. Und ich hoffe, er wird lange was davon haben. Oder ich werde lange davon was haben. Es ist auf jeden Fall mega praktisch, so eine Schnullerkette zu besitzen. Erstens, wie gesagt, finde ich, sieht es sehr, sehr schön aus. Und zweitens, ja, ist es einfach praktisch, weil er spuckt den Schnuller jetzt halt auch immer raus. Und dann ist er halt immer weg oder fliegt auf den Boden. Und dann muss man ihn eben wieder abwaschen und sterilisieren. Und so fliegt er halt einfach nicht auf den Boden. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal den Onlineshop von der Jessie hier oben verlinken. Da habe ich den ja gekauft bei einer YouTube-Mama, die Schnullerkette und sowas herstellt. Genau. Also das ist mir auch nicht gesponsert worden oder so, falls ihr das denkt hier. Ich möchte sie einfach empfehlen, weil ich die einfach super süß finde. Also die Schnullerkette und die Jessie. Hahaha. Genau. Also sie hat mir das jetzt nicht umsonst gegeben. Ich habe ganz normal den normalen Preis bezahlt. Aber wie gesagt, ich finde es sehr schön und ich unterstütze gerne so Mamis. Deswegen guckt da gerne mal vorbei. Das sind übrigens die Lieblingsspielzeuge von unserem Sohn. Einmal hier diese... Einmal diese Rassel. Hier ist hier unten eine Rassel dran, also Perlen drin. Dann, äh, die... Wie nennt man die? Scheren sind auf jeden Fall so Knistertücher. Und damit spielt er, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Also die liebt er. Dann mag er diese Kauspielzeuge von Amazon. Da hat man eine Traube, eine Orange, eine Erdbeere und die sind komplett so aus Silikon. Also die kann man richtig so biegen. Und die kann er halt sehr, sehr gut so in den Mund nehmen und drauf rumkauen. Das Einzige, er steckt sich das immer komplett bis hier vorne in den Mund und dann wirkt er halt so ein bisschen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber an sich können sie da eben drauf rumbeißen und machen, was sie wollen. Die kann ich euch gerne, wie gesagt, verlinken. Die gibt's bei, ähm, Amazon. Dann, äh, gibt der den Ziggy Kid. Das ist einfach so ein Igel und der spielt Musik. Den haben wir, äh, geschenkt bekommen. Ne? Also den nimmt er auch sehr, sehr gerne, um Mittag so ein bisschen einzuschlafen. Aber er nimmt ihn auch so. Er weißt hier vorne in die Nase rein. Oder der hat hier auch so verschiedene Materialien. Also das fühlt sich ein bisschen anders an, wie das hier zum Beispiel. Und da, äh, tut er auch immer so, ja, einfach Tasten und mit Spielen und nimmt Füßchen in den Mund. Und, äh, das Ding gibt er auf jeden Fall auch total. Und kleiner steht auf Licht. Äh, deswegen haben wir auch so ein Licht, das so gesagt, so an die Wand einfach so Lichter projiziert. Und da steht er total drauf. Ihr müsst natürlich aufpassen. Ich weiß nicht, wie das so in der Kamera rüberkommt. Das darf auf jeden Fall nicht in die Augenhöhe. Also wir stellen das entweder ein bisschen weiter runter oder irgendwo oben drauf, wo er nicht direkt nebendran liegt. Also, dass er so gesagt nicht den eigentlichen Strahl vom Licht abbekommt, sondern wirklich eigentlich nur an die Decke schaut und, ähm, ja, einfach das Licht beobachtet. Dann hab ich grad eben mein XL-DM Haul mit First Impression Live Demo hochgeladen, denn, äh, ich zeig euch da einfach ein paar Produkte, die ich dann live so ausprobiere. Also zum Beispiel so ein Waschgel probiere ich mit euch zusammen aus. Oder auch, äh, ein, ein Peeling von L'Oreal. Da hab ich auch ein bisschen mit euch. Und natürlich auch ganz andere Produkte. Dann kommen wir doch jetzt mal zur dekorativen Kosmetik. Habe ich natürlich auch geshoppt. Dann hab ich euch eine kleine Collage gezaubert. Ich weiß es nicht mega schön, aber, ähm, mit den Produkten, die ich bestellt habe. Yay! Es wird jetzt bald ein Cosmetic for Less, ähm, Haul geben. Da seht ihr schon mal ein paar der Produkte, die ich bestellt habe. Ja, ich freu mich riesig, äh, und das wird dann nächste Woche online kommen. So, wir haben schon wieder den nächsten Morgen. Was heißt nächsten und übernächsten Morgen? Also Montag. 10 Uhr. Und ich habe mir gerade frisch Brezen aufgebacken. Das finde ich immer am geilsten. Also so gekaufte Brezen sind schon auch gut, aber so selbst aufgebackene, da mag ich die immer so richtig schön hell. Ähm, ja. Dann schmecken die mir am besten. Aber die haben jetzt wieder so ein bisschen Frost abgekriegt. Das sieht man dann. Dann sind sie nicht mehr so lecker, aber man kann sie immer noch essen. Aber, wie gesagt, ich liebe es so. Warme Brezel. Hm. Ist immer richtig geil. So, wir haben es jetzt schon wieder Dienstag. Stopp. Ich bin schon voll falsch. Siehst du, wie verwirrt ich bin. Doch. Wir haben Dienstag. Siehst du, noch verwirrter bin ich. Äh, wir haben schon Dienstag. Ähm, genau. Und ich habe euch gestern noch ganz kurz gezeigt, wie wir abends Seelachs angebraten haben. Also so mit Panade und Kartoffelbrei haben wir gegessen. War sehr, sehr lecker. Wir haben den Seelachs vom Kaufland und der war richtig gut. Also ich fand den richtig gut. Das war der Gefrorene eben. Und ja, es tut mir leid, dass der Vlog jetzt totales Chaos ist und sich so extrem lang gezogen hat. Aber ihr wisst ja, der Kleine ist gerade voll in einem Wachstumsschub drin. Ich habe euch ja nur beim letzten Vlog erzählt, dass er so gut durchgeschlafen hat. Und das war dann nach zwei Tagen wieder überhaupt nicht der Fall. Jetzt schläft er immer von 19.30 Uhr bis, äh, circa 1 Uhr. Das ist auch schon sehr gut. Und ist aber gerade voll in einem Wachstumsschub drin. Also ich dachte ja, erstens liegt er an der Impfung, die er bekommen hat. Aber das zieht sich ja eigentlich nicht so lange. Ich denke, er ist, wie gesagt, jetzt gerade in diesem Wachstumsschub drin. Also von der App her zeigt es mir das auch an, dass er vier Wochen lang, oh mein Gott, vier Wochen lang in diesem Schubbitt sein wird. Ja, und er ist halt nur am Nörgeln. Also ich kann wirklich nur was machen, wenn er schläft. Und er schläft halt nur noch dreimal täglich eine halbe Stunde. Und da muss ich halt aufräumen. Und dann kann ich halt so gut wie nichts filmen. Weil, ähm, ja, sonst würdet ihr ja die ganze Zeit nur Nörgeln hören. Also auch wenn man sich mit ihm beschäftigt, nörgelt er. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das gestern gegessen. Es war sehr lecker. Heute Abend weiß ich gar nicht, was wir kochen. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen eingekauft gehabt. Aber das war auch nicht gerade viel. Also hätte jetzt auch nicht für einen Wocheneinkauf gereicht. Also wie gesagt, es ist zur Zeit alles total chaotisch bei uns. Es schneit auch draußen. Und ich fahre ja da nicht so gerne mit dem Auto. Ähm, weil, ja, wegen glatt und allem möglichen. Und im Kleinen halt. Deswegen ist es gerade auch alles so ein bisschen, ja, komisch. Aber ich erwarte heute noch eine Kosmetikvorlässt, ähm, eine Kosmetikvorlässtbestellung. Denn ich habe zu meinem Geburtstag, ja, eben auch Geld bekommen. Und da habe ich mir ein paar Sachen gegönnt. Richtig, richtig coole Sachen. Also ich bin schon gespannt, wie die Qualität dann auch sein wird. Ich hoffe, das ist gut. Und da wird auch ein Extra-Video folgen. Denn da sind einige Dupes dabei. Zu teuren Produkten. Aber dazu, wie gesagt, mehr in dem Extra-Video. Jetzt warte ich eben noch auf das Paket. Und, ja, guck dann einfach mal, wie die Paletten und alles mögliche so sind. Meine Kosmetikvorlässtbestellung ist angekommen. Yay! Äh, ja. Das habe ich mir jetzt zum Geburtstag bestellt. Da wird es auch ein gesondertes Video zu geben. Ich werde euch jetzt die ganzen Produkte nicht anders watchen oder zeigen. Aber es sind super interessante Sachen dabei. Hier zwei Chocolate Bar Paletten, äh, Dupes oder von iHeart Makeup. Ähm, von Makeup Revolution, von W7 Paletten. BH Cosmetic Liquid Lipsticks. Dann der berühmte Makeup Revolution Concealer, wo ja alle sagen, das ist ein Dupe zum Shape Tape. Und einmal Red Cherry Bimpern. Aber dazu mehr in einem Video. Äh, das sind nämlich so gut wie alles Dupes. Ähm, und da werde ich euch aber dann im gesonderten Video mehr erzählen. Das ist schon mal die In The Rocks Palette von W7. Ich musste sie jetzt watchen. Wem kommt sie bekannt vor? Wie gesagt, im gesonderten Video erzähle ich euch mehr. Aber ich habe jetzt ein paar Farben geswatcht. Also so seht sie übrigens. On The Rocks heißt sie. Und ich habe jetzt ein paar Farben geswatcht. Oh mein Gott, seht ihr das? Ich weiß, wie gut die pigmentiert ist. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ihr habt die Bestellung ja jetzt gerade gesehen. Sie kam an, yay. Und ich habe jetzt gerade mal gedacht, ich mache meine Haare mal auf. Aber ich mache sie gleich so oder so wieder zu. Weil der Kleine so an meinen Haaren zieht. Meine Haut ist übrigens schon wieder verdammt schlecht geworden. Also es geht jetzt langsam, ähm, ja, wieder in die Richtung, wie es vorher war, vor der Schwangerschaft. Dass meine Haut wieder unfassbar schlecht wird. Deswegen muss ich jetzt wieder mit Gesichtsmasken und so weiter anfangen. Einfach, dass ich da ein bisschen was entgegenwirken kann. Aber bei mir ist das halt komplett hormonell. Und bei mir hilft wirklich sehr, sehr gut die Pille. Aber ich möchte die Pille einfach nicht mehr nehmen. Und deswegen muss ich halt mit meinen Pickeln nehmen. Also so ist es halt einfach. Auf jeden Fall wird heute nicht mehr viel passieren. Ich räume jetzt hier noch weiter auf. Muss noch ein paar Sachen vorbereiten. Muss wahrscheinlich noch einen Kuchen backen für morgen. Aber dann gucke ich mal, ob ich den vielleicht doch erst morgen mache. Muss ich mal schauen. Vielleicht nehme ich euch da ja mit. Ich weiß es aber noch nicht. Und dann, ähm, ja. Sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Guckt gerne auf Instagram vorbei. Da poste ich halt regelmäßiger so ein bisschen was über die Tage, wo keine Videos kommen. Ähm, genau. Und dann klickt natürlich wieder gerne auf meine letzten Videos. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Tag. Tschüss!